Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den Panasiatischen Kreuzer auf Stufe 5. Die Ramat am Start, dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen eingebaut sind. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Kreuzern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich einmal Hauptbatterie Mod 2, um die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze zu verbessern. Allerdings würde ich schon fast sagen, dass alle drei Optionen hier gut brauchbar sind. Wir haben auf jeden Fall auch eine etwas überdurchschnittliche Flugabwehr. Dementsprechend Flackgeschütze Mod 2 kann man nutzen, aber auch Zielsystem Mod 1, um die Genauigkeit der Hauptbatterie zu verbessern, ist natürlich nicht verkehrt. Als zweites nutze ich Antriebs Mod 2, um schneller beschleunigen zu können. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Nebelerzeuger mit drei Aufladungen, wo die Dauer der Nebelwand 70 Sekunden beträgt. Und zu guter Letzt noch das defensive Flackfeuer mit zwei Aufladungen. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Kreuzern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 31 Punkte. Trefferpunkte 23.600, was unfassbar wenig ist. Also da muss man richtig aufpassen. Unbedingt den Nebel nutzen und auch Deckung, wenn möglich. Panzerung 10 bis 89 Millimeter. Schauen wir uns dort schnell die Panzerung an. Allerdings, ja, das Schiff ist natürlich ultra weich. Sehr, sehr leicht gepanzert. Da muss man auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Wie gesagt, wenn man dort schief angeguckt wird, in Kombination mit den geringen Trefferpunkten, dann kann es dort sehr, sehr schnell zu Ende sein. Schauen wir uns nochmal schnell hier die Zitadelle an. Oberhalb der Wasserlinie relativ groß. Also auf jeden Fall ein Schiff, was sehr, sehr anfällig ist. Und die Torpedo-Schadensverringerung ist 7%, was auf jeden Fall minimal besser ist wie der Durchschnitt. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 40 Punkte. Und bei der Hauptbatterie haben wir 5x2 133 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 14 Kilometern, was eine schlechte Reichweite ist. Allgemein auch ein sehr, sehr kleines Kaliber für die Stufe. Einer Ladezeit von 7,5 Sekunden, was auf jeden Fall, ja, eine relativ gute Nachladezeit ist für die Stufe. Dauer für die 180 Grad Drehung 18 Sekunden, was auf jeden Fall auch besser ist wie der Durchschnitt. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1900 mit einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 2550. Und wir haben hier keine Sekundär. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen guten HE-Schaden pro Minute und auch einen etwas überdurchschnittlichen Feuerstarter. Und der AP-Schaden pro Minute liegt im Durchschnitt. Bei den Torpedos haben wir 20 Punkte. Und dort haben wir 2x3 533 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 75 Sekunden, was auf jeden Fall etwas besser ist wie der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden liegt bei 16867, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist auf der Stufe. Torpedo-Erkennbarkeit zu sehen auch ein sehr guter Wert. 0,8 Kilometer, allerdings haben wir hier auch Tiefwassertorpedos, können dementsprechend keine Zerstörer treffen. Torpedo-Reichweite sind 9,5 Kilometer, was auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert ist. Und die Torpedo-Geschwindigkeit genau im Durchschnitt mit 61 Knoten. Bei der Flugabwehr haben wir 48 Punkte und dort haben wir 5x1 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 18 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Dennoch 4x1 40 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 35 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Dennoch 2x2 40 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 45 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 5x233 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 41 und einer Reichweite von 4,5 Kilometern. Und damit haben wir eine leicht überdurchschnittlich gute Flugabwehr auf der Stufe. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 68 Punkte. Höchstgeschwindigkeit 32,3 Knoten, was etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Wendekreisradius allerdings mit 580 Metern sehr starker Wert. Ruderstellzeit 6,5 Sekunden, was auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert ist. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 63 Punkte. Die Erkennbarkeit zu Wasser sind 11,1 Kilometer, was auf jeden Fall auch ein guter Wert ist. Erkennbarkeit zu Luft 7 Kilometer, was minimal besser ist wie der Durchschnitt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 5,5 Kilometer, was doch auch eher ein guter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Shen Shao Kuan mit der Basisfähigkeit Guerillakampf. Und geskillt haben wir dort einmal in der ersten Reihe außerhalb der Reichweite, um die Reichweite etwas zu erhöhen. In der zweiten Reihe Pyromane, um die Brandwahrscheinlichkeit etwas zu verbessern. Dann alternativ wäre aber hier auf jeden Fall auch Blinde Gerechtigkeit eine gute Wahl. Sehr interessanter Skill hier. Hier machen wir die Erkennbarkeit vom Kreuzer besser und verbessern noch die Torpedo-Reichweite. Als drittes nutze ich den Schwamm, um einfach dort den elittenen Schaden zu reduzieren, was natürlich angenehm ist. Als viertes Nebel über dem Wasser, um den Nebel zu verbessern. Und als legendären Skill die Nahfüllstation, um einfach die Feuerrate zu verbessern. Und bei den Inspirationen den Francesco Mimbelli für eine bessere Nachladezeit und den Nikolai Kuznetsov für etwas mehr Reichweite. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte. Mündung im Herrschaftsmodus. Mitarbeiter OnePingOnly in der Gede und der DGamers in der Kalifornia. Fünfer, Sechser Gefecht haben wir hier erwischt. Fünf Schlachtschiffe, zwei Kreuzer, zwei Zerstörer in der Runde. 23.600 Trefferpunkte sind natürlich nicht äußerlich viel, die wir hier haben. Aber den Startpunkt, den wir hier haben, der ist relativ angenehm. Gerade bei diesem Schiff ist es natürlich sehr, sehr wichtig, durch die geringen Trefferpunkte und kaum vorhandenen Panzerrücken, Deckung zu nutzen. Und ich hoffe, dass die kleine Insel hier vor uns uns dort ein bisschen Schutz bieten wird. Sonst hätten wir natürlich auch noch unsere Nebelwände. Vielleicht können wir das irgendwie kombinieren. Hauen einfach mal unsere Torpedos raus, auch wenn es natürlich unwahrscheinlich ist, dort was zu treffen. Da müsste schon ein Kreuzer mit Vollgas Richtung D reinfahren, um irgendwas treffen zu können. Und ja, da ist die Bayern schon mal aufgeklärt. Auf höherer Distanzen ist es natürlich nicht unfassbar leicht zu treffen. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Unsere Granaten sind hier 15 bis 14 Sekunden unterwegs bei 13 Kilometer Reichweite. Konnten aber einen Brand machen. Bei Bayern und die Fubuki wurde aufgeklärt. Auch dort natürlich nicht einfach zu treffen. Geht schon so in Richtung Atlanta, was den Schussbogen angeht. Oder Flint. Auch wenn wir hier ein Fünferschiff haben. Hier selbst auf 9 Kilometer. Aber gerade kleine, schnelle Ziele zu treffen, ist dort nicht sehr einfach. Aber treffen hier den Zerstörer, machen einen Brand. Sehr, sehr gut. Dort auch eine feindliche Dramat. Ein Nachteil natürlich auf jeden Fall auch, dass nicht vorhandene Sonar, gerade wenn man vielleicht mal den Nebel nutzt und sich in Sicherheit vermutet, wenn dort denn Torpedos kommen, wird man nicht selten überrascht. Wir konnten nochmal einen Brand machen bei Bayern und haben unsere Tiefwassertorpedos Richtung Bayern geschickt. Wir hätten, glaube ich, eben sogar die Fubuki getroffen mit unseren Torpedos, wenn es keine Tiefwassertorpedos gewesen wären. Wir versuchen jetzt hier mal auf die feindliche Ramat zu gehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, da kommen zwei weitere Schlachtschiffe rüber gefahren. Deswegen werden wir jetzt hier auch Safety First nebeln, bevor wir dort von links beschossen werden. Oh, der eine Torpedo sieht gut aus. Sehr schön. Machen auch eine Flutung mit den Torpedos. Und ich glaube sogar, dass wir von der Bayern vorher das Schadensbegrenzungsteam rausgenommen haben. Das heißt, wir werden ein bisschen Schaden mit der Flutung auf jeden Fall machen. Und konnten jetzt hier auch die feindliche Ramat rausnehmen. Kubuki, der auch schon draußen. Aber hier ist noch ein feindlicher, ein weiterer Zerstörer. Digi-Pard. Okay, Bayern. Ah, ganz knapp hier überlebt. Konnte so gerade nochmal wieder unsere Flutung heilen. Da kommt noch eine weitere Bayern. Dann sieht es so aus, als wenn die Bayern hier ein bisschen Wille zum Wiederaufbau bekommt. Und man lässt halt die Bayern sich immer minimal hoch. Reicht immer gerade, um unsere Granaten zu überleben. Okay, der Brand sollte aber reichen, hoffentlich. Okay, jetzt ist die Bayern endlich draußen. Sehr, sehr schön. Können wir uns auf die anderen Ziele konzentrieren. Ein 6 gegen 3 hatten wir hier, glaube ich, auf unserer Seite, ne? Ähnliches Szenario war dann quasi auch auf der C-Seite. Ein wichtiges Team hat ja auch eine 3er-Division, sogar mit 6er-Schiffen. Gucken wir mal, ob diese auch in der Lage sind, die A-Seite zu gewinnen. Oder ob unser Team gegenhalten kann. Wir konnten jetzt hier nochmal einen Brand machen bei Queen Elizabeth. Zehnter Brand auch schon in der Runde auf jeden Fall. Ein brauchbarer Feuerstarter. Gerade, weil man dort ein bisschen noch was in die Brandwahrscheinlichkeit investiert. Versuchen jetzt hier nochmal auf die Gipha zu gehen, aber auf die Entfernung so ein schnelles, kleines Schiff zu treffen. Schwierig. Noch einen weiteren Brand Richtung Queen Elizabeth. Die Bayern ist fast draußen. Wir erinnern uns auch langsam den 100.000 Schaden hier. Wir konnten wirklich perfekt Insel in Kombination im richtigen Moment mit unserem Nebel nutzen, um dort den meisten eingehenden Schaden zu entgehen. Und das ist halt genau so, wie man die neue Linie spielen muss, um dort dauerhaft erfolgreich zu sein. Ich weiß, taktisch das Spiel spielen und Insel nutzen ist nicht unbedingt beliebt. Aber es ist halt, wie man diese Linie spielen muss, um einfach konstant gute Runden zu bekommen. Schöne Torpedotreffer jetzt hier auch nochmal vom One Ping. Und damit haben wir auch kein Schlachtschiff mehr, wo wir uns vor fürchten müssen. Deswegen können wir jetzt gemütlich nach vorne pushen. Endlich sind die Schlachtschiffe draußen. Waren natürlich auch drei Stück hier an der Zahl. Versuchen jetzt hier nochmal die Gepa zu treffen. Ihr seht schon, selbst auf 9 Kilometer nicht unbedingt sehr leicht, konstant zu treffen. Mal hier eine Granate, mal da. So werden die Gegner natürlich manövrieren. Das ist natürlich deutlich leichter, auch mit einem hohen Schussbogen über hohe Distanz zu treffen, wenn der Gegner halt sich nicht bewegt. Da kann man auch schon Schlachtschiffe auf 16 Kilometer Entfernung treffen, selbst wenn die Granaten fast 20 Sekunden unterwegs sind. Und ja, die Gepa nehmen wir jetzt hier in Kombination mit dem One Ping raus. Unser Brand macht den Rest und gewinnen hier einen sehr, sehr schönen Kampf auf dieser Seite. 6 gegen 3 und verlieren nur ein Schiff und unser Team hat in Überzahl die andere Seite auch gewonnen. Sehr schön. 120.000 Schaden wurden es am Ende mit 183 Hopp-Batterietreffern, ein Torpedotreffer mit einer wichtigen Flutung gegen die Bayern. 4 Ausfälle, 3 Schiffe zerstört, 14 Brände, 5 Mal das Cap verteidigt, dann gab es Brandstifter und Großkaliber. Schauen uns hier auch schnell das Teamergebnis an. Richtig starke Runde hier speziell von One Ping und unserer Wenigkeit, aber auch der die Gamers dort richtig Schaden absolviert, auch wenn er selber nicht viel machen konnte in der Runde, aber auch unsere Nagator von der anderen Seite einen guten Job gemacht, aber auch ein Gegnerteam, die Division, die North Carolinas, dort eine gute Runde. Schauen wir uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 270.000 Kreditpunkte, Profit gemacht mit einem einfachen Booster und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Ramat gewesen sein. Ich muss dazu sagen, ein deutliches Upgrade gegenüber dem Vierer der Nation, der Linie. Man hat hier natürlich immer noch das gleiche Manko, sehr, sehr wenig Trefferpunkte, sehr, sehr schlechte Panzerung, also Deckung ist auch hier auf der Stufe ultra wichtig, aber der entscheidende Unterschied ist, dass wir hier auf jeden Fall eine sehr gute Hop-Batterie haben, was der Vierer ja nicht hatte. Der hatte ja auch eine wirklich relativ schlechte Hop-Batterie, von daher macht dieses Schiff auf jeden Fall deutlich mehr Spaß zu spielen und man kann dort auch auf jeden Fall durch das höhere Potenzial der Hop-Batterie einiges mehr machen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.